Hallo ihr Lieben! Jo, hier nochmal kurz die Info, damit ihr das auf YouTube auch gut mitbekommt. Das Paket ist da gewesen. Ab 18 Uhr, 6 Uhr, heute der 16.11. In ungefähr für euch gleich eine halbe Stunde beginnt der Stream mit einem Unboxing und dann legen wir sofort los. Ich sehe euch gleich!